Also ich bin Mario, ich mache die Lehre als Logistiker bei EMI Frey am Standort Hafenwil. Also in unseren fünf Bereichen im EMI Frey gibt es Wareeingang, Kleinteillager, Hochregallager, Retouren und Warenausgang. Was wir alles können in der Logistik, also zum Logisikern werden, ist Flexibilität, Ausdauer und Teamfähigkeit. Da müssen wir richtig gut sein. Was wir in der Logistik nicht machen sollen, ist auf dem Rolli fahren, als wäre das einfach ein Trottinett. Das ist bei uns ganz verboten. Wieso ich da gerne arbeiten komme, ist wegen dem Mitarbeiter und auch wegen der Arbeit selber. Das gefällt mir so richtig. Weil ich Autos liebe, habe ich für EMI Frey entschieden. Das erste Wort, das man jetzt kommt, ist geil. Denkst du auf jeden Mal. Dann bin ich schon wieder. Ja, danke Mensch, in la Zeit von spicierungen. Ja klar, ich gucke dich gerne. Vielen Dank.